Herzlich Willkommen zur KEBA Podcast mit Updates und Neuigkeiten aus der Welt der industriellen Automatisierung und der Robotik. Heute geht es um das Thema WinCC Unified Kompatibilität mit KEBA Handbediengeräten der K-Top Reihe und dazu spreche ich mit zwei Kollegen von mir, Christian Hüttner und Matthias Scheire. Herzlich Willkommen. Christian, Matthias, zum Aufwärmen vielleicht könntest du auch kurz vorstellen. Hallo Philipp, danke für die Einladung. Ja, ich betreue bei uns das Produktmanagement seit 2009 und fokussiere hier auf die mobile Produktpalette. Matthias? Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Customer Solution Manager für HMI Solutions bei KEBA und ich beschäftige mich mit Customizing verschiedener HMI Solutions und auch an die Anwendung von Fremdsteuerung an unserer Kit-Tops. Dankeschön. KEBA ist offen für alle Steuerung und deswegen können wir auch WinCC Unified anbieten und das geht so oder ähnlich einfach wie bei Siemens. Matthias, damit die Zuhörer denselben Wissensstand haben, worum geht es genau bei WinCC Unified? Also WinCC Unified ist die neue Visualisierungslösung von Siemens und ist eine webbasierte Visualisierungslösung, also basierend auf HTML5 und JavaScript und dabei ist es möglich, einen Server auf einem stationären IPC zum Beispiel laufen zu lassen und mit einem mobilen Handgerät, zum Beispiel KTOP, als Client darauf zuzugreifen. Wenn WinCC Unified an KTOP angebunden wird, ist dann das vollständige WinCC Unified verfügbar oder ist es nur ein Teil davon? Gibt es da Einschränkungen? Genau, es ist das vollständige WinCC Unified. Es gibt verschiedene Architekturen, wo man den Server laufen lassen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, den Server zum Beispiel auf der PLC laufen zu lassen für kleinere Visualisierungslösungen. Wir empfehlen es aber zum Beispiel ein stationäres Pendel von Siemens zu verwenden und ein mobiles Handgerät von Kiva als Client dazu zu verwenden. Wo kann ich, wenn Sie Sie Unified runterladen? Oder wie erhalte ich Sie? Genau, also die Produkte gibt es bei Siemens zum Erwerben und auch die nötigen Lizenzen dazu. Das Ganze wird dann im Tierportal projektiert, wo auch die Visualisierung, die Webvisualisierung projektiert wird und kann dann eben auf unser KTOP geladen werden. Und Sie benötigen hierzu lediglich einen Browser, wenn das KTOP als Client fungieren soll. Christian, kurz zu dir. Welche Geber-HME-Handbediengeräte sind jetzt WinCC Unified kompatibel? Sind das alle? Wir haben ein kleines Gerät, das ist für eine Spezialanwendung, aber sonst sind es alle. Wir haben jetzt ganz neu am Markt ein 7-Zoll-Gerät. Wir haben schon länger 10-Zoll-Geräte in Hoch- und Querformat, kabelgebunden und auch Wireless. Also haben wir eigentlich die gesamte Produktpalette. Wir sind offen für alle Steuerungen. Somit klappt es auch mit Siemens. Stichwort kabellos. Matthias, bietet Siemens im Bereich Handbediengeräte kabellose Lösungen an? Genau, also wir sind ja derzeit mit unserem Safe Wireless sehr erfolgreich unterwegs und bekommen da sehr viele Kundenanfragen und bekommen auch Anfragen eben deshalb, weil Siemens das noch nicht in Serie hat. Also wir wissen, dass es in Entwicklung ist und so weiter. Und wir können da dann auch WinCC Unified drauflaufen lassen auf diesem Wireless-Gerät. Was sind übliche Missverständnisse bezüglich WinCC Unified kombiniert mit K-Tob-Handbediengeräten? Was sind Bilder, Christian, die ihr immer wieder gespiegelt bekommt, wo ihr sagt, okay, das sind Dinge, die müssen wir immer wieder korrigieren. Gibt es da solche? Ja, durchaus. Also zuerst ist es oftmals eine Verwunderung, dass es funktioniert. Die Kunden glauben, dass es eine eingeschränkte Funktionalität ist, dass es vielleicht ein Hack ist, dass es eine besondere, aufwendige Lösung ist. Wenn man das dann erklärt, meinen Sie, dass die Einbindung sehr komplex und aufwendig ist und auch dieses Vorurteil können wir zerstreuen. Vielleicht dieselbe Frage, aber einfach umgekehrt. Was können wir uns nicht erwarten von WinCC Unified? Was ist es nicht, diese Kompatibilität? Also eine Einschränkung, die ich explizit nennen kann, ist zum Beispiel, dass der Server nicht auf einem Linux-System läuft derzeit. Also brauchen wir ein Windows-Gerät. Was aber schon funktioniert, dass man mit einem Linux-Gerät, mit einem Browser drauf auf den Server zugreifen kann und somit eben so die Visualisierung realisieren kann. Was darf man sich noch nicht erwarten oder noch nicht von Keba erwarten? Also die Produkte kommen nach wie vor von Siemens und wir bieten da jetzt keine Siemens-Lösungen an. Also zusammengefasst, WinCC Unified ist dann vollständig verfügbar am K-Tab-Handbediengerät. Man kann es einfach erwerben, in dem Fall bei Siemens und es ist einfach zu installieren. Jetzt kommen wir zu der Anbindung, Matthias. Wie wird dann an Steuerung angebunden? Genau, also das funktioniert ganz normal über Ethernet-Kabel, über Ethernet-Anschluss an der PLC und am K-Tab-Handbediengerät und da wird dann einfach über Server-Client-Architektur die Visualisierung übertragen. Das war die Anbindung an die Steuerung. Christian, zu dir, wie werden dann Tasten und einzelne Bedienelemente angebunden? Ja, wir haben hier in unserem Standardportfolio einen kleinen Blumenstrauß. Der Kunde kann daraus aussuchen. Zum einen gibt es so sehr gut etablierte Protokolle wie Modbus DCP, OPC UA. Auch einen dedizierten Treiber, Siemens S7-Treiber, bieten wir an. Das sind mal die klassischen Lösungen. Wenn man in die Echtzeit-Buswelt geht, dann gibt es von uns eine Anschlussbox, eine Profinet-Profi-Safe-Anschlussbox und dort werden dann die Tasten und die Bedienelemente natürlich im Profinet-RT-Kanal übertragen. Anbindung, Steuerung, Anbindung, Tasten und Bedienelemente. Wie sieht es mit dem Server aus? Das Thema Server-Client. Hier hat auch der Kunde eine gewisse Wahl. Üblicherweise, wir müssen uns das so vorstellen, der Browser braucht schon den größeren Teil der Performance-Leistung. Aber trotzdem braucht der Server eine gewisse Performance und um die maximale Performance aus dem Gerät herausholen zu können, speziell im kleinen Gerät, wo nicht so viel Performance existiert, ist es empfehlenswert, den Server auf der Siemens Hardware laufen zu lassen und unser Gerät, unser mobiles Gerät ist das Anzeigegerät mit dem Browser. Theoretisch ist aber auch möglich, vor allem für kleinere bis mittlere Anwendungen, den Server auch auf unserem Bediengerät laufen zu lassen. Um etwas laufen zu lassen, Matthias, brauchen wir auch Lizenzen. Wie schaut das Lizenzmodell aus und was kann ich mir da aussuchen? Genau, also einerseits benötigt man eine Standard-Entwickler-Lizenz für das TIO-Portal, das der Entwickler aber ohnehin hat, wenn er jetzt mit einer Siemens-Steuerung arbeitet. Dann weiters braucht er eine Runtime-Lizenz für den Webserver. Und die ist zusätzlich, die hat man nicht Standard. Genau, die braucht er zusätzlich, außer er lässt den Server auf einen Siemens-Pandle laufen, da ist die Lizenz quasi integriert. Also die Runtime-Lizenz benötigt er, wenn er jetzt zum Beispiel den Server auf einem K-Top oder auf einem IPC laufen lassen will. Und er hat dann die Möglichkeit, noch zwei weitere Clients, also zusätzlich zum lokalen Visualisierung, zwei Clients einzubinden, einen fürs Bedienen und einen fürs Beobachten. Und diese Runtime-Lizenz, die ist jetzt tech-abhängig, zum Beispiel also fängt bei 150 an und geht dann auf bis 1000 oder Maximum. Okay. Wenn ich mir jetzt überlege, also wenn ich als Ant-User überlege, das klingt ja alles interessant und ich möchte umsteigen, Christian, wann ist die beste Zeit für so einen Umstieg? Bzw. was muss da sein, was muss vorhanden sein, was muss funktionieren, damit ich umsteigen kann? Ja, bei uns möchte man natürlich eine gewisse Auswahl. Und jetzt mit dem Launch des 7-Zoll-Gerätes ist es eigentlich de facto die beste Zeit. Natürlich wird auch Keba in Zukunft noch weitere Produkte, die noch besser vielleicht in das Portfolio passen, anbieten. Aber jetzt ist eine perfekte Zeit, vor allem auch deswegen, weil WinCC Unified mittlerweile eine gewisse Reife im Markt entwickelt hat. Und diese Reife bringt auch die Kunden dazu, zu akzeptieren, sie wechseln jetzt. Siemens kündigt auch gewisse Modelle ab. Somit wird einfach dieser Umstieg auf WinCC Unified auch seitens Siemens getrieben. Und was brauche ich zum Starten? Wie einfach oder wie komplex, Matthias, muss ich mir diesen Start dann vorstellen? Und welche Hilfeleistung bekomme ich da von Keba? Genau, also es gibt Hilfeleistung von den Solution Managern, von mir zum Beispiel oder auch von den FAIs von Keba. Und wir haben auch verschiedene Dokumentationen, wo eben das Einbänden der Siemens-Steuerung und der Visualisierung beschrieben wird. Und zusätzlich für die Visualisierungserstellung gibt es verschiedene Tutorials oder Templates auch von Siemens gratis verfügbar und downloadbar. Also es ist im Wesentlichen alles verfügbar. Wenn ich so mit euch rede, dann habe ich das Gefühl, dass ich als End-User dasselbe machen kann. Das ist der Easy-to-Use-Ansatz von Keba. Kann ich dasselbe machen oder brauche ich unbedingt Unterstützung? Bin ich angewiesen auf Hilfe? Also es kommt natürlich auf das Wissen und auf die Expertise von dem Kunden und so weiter an. Wir empfehlen schon, den Weg gemeinsam mit Keba zu gehen, weil wir einfach schon gewisse Erfahrungen gemacht haben und dadurch das Leben des Kunden erleichtern können und bieten da natürlich sehr gerne Unterstützung an. Stichwort Erfahrung, Christian. Gibt es schon Referenz, Referenzkunden oder Referenzprojekte, die, wenn Sie sie unified-kompatible K-Top-Geräte in Verwendung haben? Ja, wir haben vor allem mit unserem Safe Wireless-Gerät eigentlich eine gewisse Dynamik am Markt ausgelöst und vor allem für die Kunden, die zu Beginn glaubten, dass das eine Hürde ist, die Hürde wollten sie nehmen, weil sie einfach unbedingt unser Safe Wireless wollten. Es hat sich dann im Projekt herausgestellt, dass es keine so große Hürde ist. Wir haben ja auch das kabelgebundene gleichermaßen im Einsatz wie das Safe Wireless. Also man kann jetzt eine winzige Unified-Visualisierung beziehen oder realisieren und wechseln zwischen wireless und kabelgebundenem Gerät. Ja, und hier, mit dem Verständnis, dass wir die Kunden hier nicht nennen, das wollen unsere Kunden natürlich nicht, das wird von uns erwartet. Aber wir haben in unterschiedlichsten Sektoren, Intralogistik, Automobilzulieferindustrie und so weiter, zahlreiche Referenzprojekte und wir arbeiten auch derzeit an vielen Projekten. Unser Kollege Matthias ist durchaus ausgelastet. Vielen Dank für den Austausch. WinCC Unified geht abhand mit den Geräten. Es geht zusammen. Es ist einfach, es ist Unterstützung da. Und wie Christian gesagt hat, die beste Zeit ist jetzt. Danke für eure Zeit. Bis bald. Danke. Danke für die Einladung. Danke.